Mein schönster Fortuna-Moment war natürlich das Tor in Dresden, das Aufstiegstor wird man immer noch auf der Straße darauf angesprochen und ich denke auch wirklich sehr, sehr gerne noch dran zurück. Mich zeichnet seit Jahren aus, dass ich mich aufgebe, ich versuche immer viel zu arbeiten auf dem Platz, mich ein bisschen mit den Gegnern aufzureiben, dem Team zu helfen, nicht nur vorne irgendwie drin zu stehen, auf Bälle zu warten, sondern auch ein bisschen was mit zu initiieren und von daher denke ich, gerade hier in dem sehr schönen Stadion, dass das zueinander passt. Das Gesicht von Ruben Hennings ist irgendwie der Aufstieg der Fortuna. Wichtig ist allerdings, dass man nicht mehr an die zweite Liga denkt, sondern dass er auch das Gesicht des Erfolges in der ersten Liga ist und wird und momentan ist er natürlich auch ein super Weg. Ja, die Entwicklung ist natürlich super, so wie es jetzt kommt. Mit dem Toreschnitt nachspielen kann es natürlich gerne weitergehen.